Lauter! Ich glaube, wenn du dich um einen Wurt herhaufst, schmeiß ich mir Eiern und Tomaten, dann ist der Arsch ab! Der größte Auftritt war damals auch in Schützenfest, in vollbesetzten Zeit, das war das Größte. Das liegt ja schon 40, 50 Jahre zurück. Und jetzt bin ich so ein alter Mann. Mit 62 fühle ich mich manchmal wie so ein alter Mann. Und jetzt, dass ich jetzt noch mal irgendwie so populär sein würde oder was weiß ich, das hängt ja alles von mir ab. Wenn ich es verkackt, dann kann ich mich irgendwie am Mittel aufhängen. Da habe ich keinen Bock drauf. Und es gibt unseren Special Guest heute Abend für den Musiklebensinhaltfest und der sich nicht sehnlicher gewünscht hat, als noch einmal in seinem Leben auf einer Bühne zu stehen und einen Song zu bekommen. Er ist nicht erkrankt an Krebs im Endstadium. Das heißt, es ist schön, dass wir heute hier gemeinsam seine Premiere feiern können. Mit einem für ihn geschriebenen Song, mit dem er das Zeichen setzt, dass St. Pauli ihn nicht vergisst. Auch wenn er irgendwann nicht mehr hier ist. Ich freue mich sehr, dass er heute Abend hier ist und lasst uns ihn richtig feiern und rocken. Heißt Ihnen ganz herzlich willkommen, Günter Flacke Reimer! Das ist mein Aktor, ja das ist mein Zuhause. Und der FC St. Pauli, mein Verein. Die Wienerbahn ist eine geile meine. Für alle Zeiten will ich bei dir sein. Dann lasse ich nicht mehr. Wenn ich sterbe, begann der große Pauli, dir alles Leben und hier gehör ich mir. Meinte Pauli, angesprochen wird und ehrlich, du luchst es mich, geh ich würdig mit. Mein Tag, Oli, ihr gehör ich her. Alles gut, du hast dich super gemacht. Ich hab's geschafft. Hier ist Puck gekommen. Ja.